Hi, ich bin Elikömpfysbrain oder Herfonyan. Ich habe mich jetzt super lange nicht mehr auf YouTube blicken lassen, weil ich einfach ein bisschen Stress um den Ohren hatte. Aber wir sehen uns heute zusammen ein neues Salad Fingers Video an. Wie ihr seht, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Legen wir gleich los. Ich bin super gespannt, was heute in Salad Fingers vorkommt. Salad Fingers, ich glaube 8. Es ist 8, 8. Episode 8, Cupboard. Ich bin sehr gespannt. Die Soundqualität ist auch nicht gemessen. Ich nehme gerade mit der Kamera auf die erste Folge in HD. Yay! Aber auch nicht ganz HD, weil irgendwie sind doch schwarz. Egal. Egal. Ein Häuschen. Hallo. Oh Gott, ist das laut in den Kopfhörern. I like to listen to my radio. Freut mich. I listen to the war. And sometimes, if I'm an early bird, I listen to Craxley at breakfast. Falls mich Leute fragen, hey Janik, was hörst du eigentlich für Musik? Krieg. Ich höre gerne dem Krieg zu. Immer. Klar. Klassiker. Was zum Fick. Seine Ficker sind so weird, Mann. I can't find a clear station, Roger. Wer ist Roger? Adam... Seid ihr zufälligerweise auch noch stolze Besitzer von so einem Radio? Ich hab davon ja... Keils. Ich hab aber keine Heils. Ja. Ähm... Boah, das ist mit so Kopfhörern richtig eklig. Oh. What a hideous sound. Äh? Have I happened upon an unpleasant broadcast? Oh Gott, jetzt hast du, wie beim Ouija-Walt... What is this about, Roger? Mmh. I do hope it doesn't concern me. Warum? Kommt mir überhaupt irgendein Ton raus? Redest du jetzt mit deinem Bauch mit? Bist du jetzt Bauchredner geworden? What the action? Was ist diese Folge? Die ist jetzt... I can't cope with all these unpleasant frequencies about. I think I'll sit this one out in the safety cupboard. The safety cupboard. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guckt seine Schuhe an. Er hat die fucking Yeezys. Oh, scheiße. Seht ihr die Schnur? Und die Sohle mit den Punkten daran. Das sind keine Fake Yeezys. Leute, das sind echte fucking Yeezys. Wow. Sattelfingersat Yeezys. Krass. Krass. Props. Props. Tiddle-dee-tap-dee-tum-dee-toe-dee-tiddle-dee-tap-dee-tee. Where are you skipping off to today, Pennypigtails? I'm heading off the market for some Raspberry Jam. I'll sell you no such thing, I'll sell you no such thing, said the market trader. That's so gross. The effects are made of cotton and they're far too long. What is that? What is that? Pennypigtails. You found yourself a special hair. Das soll ein Haar sein. Das soll ein Haar sein. Okay. Klar. What the actual fuck? Das soll ein Haarsammlung. You all look so beautiful together. So happy. Beautiful. A gay little quintet. Okay. Sorry, aber Sattelfingersat sagt, ihr seid ein schwules Quartett. Das erheitert meinen Tag. Das für heute, für heute ist das das Zitat des Tages. Ein schwules kleines Quartett. Wundervoll. Das ist doch ein Quintet sogar, noch nicht mal Quartett. Siehst du mal, es sind ja fünf. Oh nein, da ist wieder Benedict Cumberbump. There were three in the bed and the little one said, roll over. Nein. Benedict Cumberbump. Oh nein, der ist in den Kacketopf gefallen. Scrub that muck up at once, Hubert Cumberdale. I'll have no dirty immigrants in my house. Sattelfingers ist ein Nazi? Okay then. Wir lernen heute in dieser Folge, glaube ich, sehr viel Neues kennen über unseren lieben Herrn Sattelfingers. Wir haben ihn alle geliebt, aber nach dieser Konsequenz... Oh mein Gott, das ist die neueste Season. Wow, sehen die gut aus. Okay. Okay. I shan't have you bellowing such frequencies at this hour, upsetting my insides and worrying my mind. I have a good mind to show you the door. What? I can't have you bellowing such frequencies at this hour. Pardon? But it's not my turn. And it's a rotten job. I shan't, but I can't and I won't. What the actual fuck? Das ist ja fast traurig. Mit dem Safety Room. Fat Pie! Das war's? Das war's! Schön! Ich weiß, warum ich mir so lange keine Sattelfingers mehr angeguckt habe. Äh, an, ei, da. Äh, äh, haha. Ha! 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 Ha!